Was sehr sehr geiles rausgesucht von Kein Konzept Best of ZMAX Tringe Edition Ähm da seh ich mich drin Leute Da seh ich mich äh und dann gehen wir gleich Direkt rein in Pogwarts, let's go Heute wieder fremd gehen, gar kein Bock Chillig, seine Freundin sitzt daneben Passt ein Abo da, liked dieses Video wenn ihr mehr Random Duos, Squats und mehr Videos Und mehr Videos mit der Hisling hier sehen wollt Digga, was für ein Ehrenmann zu seiner Freundin Kann man nicht anders sagen? Und jetzt, let's go Ey, hast du gewusst, dass Elli eigentlich zwei Väter hat? Ach Junge, labert doch nicht so viel Müll, Mann Morgen wieder von Girls gecarried werden, gar kein Bock Ich hör mich aber auch nicht doppelt Ich hör die anderen nur doppelt Ja, aber wieso hör ich mich dann jetzt nicht mehr doppelt, du hässlige Digga, der arme, Alter Also Digga, das ist was für ein Wichser, Mann Oh ne, 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 ich geh grob in die Gruppe Die arme Freunde von ihm Missgeburt Digga, was für ein ekliger Mensch, oder? Wirklich? Also absolut Ein absolut ekliger Mensch Du hässlinge Digga, wie wollen wir denn mit deiner Community doch nicht, Bro? Boah ne, ich stummte jetzt Woher kommts? Ähm, von Österreich, Kärnten Ah, Österreich Ich bin tatsächlich 18 Jahre alt Seit dem Juli 2020 Darf ich legal Alkohol trinken? Und darf ich, darf ich auch Chilliges Video, Bro Legal mit ihr Golf spielen Sau lustig, sau lustig Sau lustig Fabs, ich muss dir kurz abgiften Wenn ihr wisst, was er meint Geboren bin ich in Mexiko Und ja, jetzt lebe ich in Deutschland Aber, Bro, sag mal bitte kurz, wer? Ja, wer hat gefragt? Ja, keine Ahnung, ihr? Digga, wie unangenehm ist der, Alter Mann, wie unangenehm, Bro Ihr habt gefragt, deswegen drehen wir dieses Video Wie habt ihr euch kennengelernt? Also Ja, ich bin einfach geslidet Ja, er hat einfach meine DMs geslidet Einfach auf Snap, wahrscheinlich Weil du meinen Namen gelesen hast Elisabeth Sanchez Und er dachte sich so Oh, nice Latina Jungs, ich sag euch Digga, das ist einfach nur so unangenehm Das ist alles so unangenehm, Digga Krank muss man erstmal sein, okay? Müsst ihr euch vorstellen Ich hab sie einfach mit Schreiben Innerhalb von einer halben Stunde geklärt Digga Ey, Digga Ich mach mir immer Gedanken Wirklich diese neue Generation Die an YouTuber nachkommt Das ist ja wirklich einfach nur Also da No für Allgemeinerung Aber sowas ist ja wirklich Die Schmutzwave des Todes, Mann Ehrlich, Mann Bah, Junge Die haben eine sehr liebevolle Beziehung Auf jeden Fall Und die Arme lässt das alles mit sich machen, Bro Wirklich Hahahaha Äh Hahahaha So hoch genommen So hoch genommen So hoch genommen Oh mein Gott Digga, der hat ja noch mehr ADS als ich, Alter Jetzt kommt der Bonus-Clip Das Video heißt Ich stream's nie behaarte mit Ock-Skins Bis er komplett ausrüstet und den Stream beendet Was auffällig in diesem Video ist, ist folgendes Er sagt, dass sein Handy kaputt ist Jedoch telefonieren sie Max und der andere am Ende noch einmal Digga, mein Handy ist jetzt auch kaputt, Digga Ja, geil Digga Das ist behindert, das ist behindert Ich hasse das Spiel Digga, mein... Wieso, Digga, also... Dein Handy ist jetzt kaputt, Digga Es geht nicht mal an, Digga, es geht nicht mal an Geh doch an, Digga Ey, nein, ich glaub, der hat sein Handy zerstört Oh mein Gott Ey, das wollte ich jetzt eigentlich nicht Freunde, du hast unbedingt 20.000 Likes dafür Oh, ich... Oh, Digga Oh... Hey, Chat Was... Was machen wir, Digga Was... also... Ich kann nicht öfter... Ich... ich... So oft, wie ich jetzt Digga hier gesagt hab Ich fühl mich wie Montana Black Was ist denn hier los? Dass er sein Handy zerstört hat Und ich werd ihn jetzt auf jeden Fall auf Instagram anrufen Hallo? Nein, als ob du der Echte jetzt bist... Als ob du jetzt wirklich... Nein, warte Digga, du bespielst... Digga, WTF als ob du jetzt der Echte bist Ja, das ist so ekelhaft gewesen von dir Also wirklich... Wirklich... Einfach... Nur... Schlecht Einfach nur schrecklich Einfach nur schrecklich, Leute Raus aus der Masse, ganz schnell